Hab ich euch das schon gezeigt? Das Bild von meinen beiden Jungs? Ja, das sind ganz tolle Jungs, Charlie. Ganz tolle Jungs. Zwei Brüder. Mit großen Träumen. Ich brauch die Zeit, nur diese eine Woche. Ich bedauere, Clint, nein. Hey Coach, wir haben keine Verwendung mehr für dich. Kehren zurück nach Hause. Finde ich schon ziemlich bitter. Um neu anzufangen. Wir stellen uns neu auf, sparen ein bisschen und fahren zum Probotraining nach Arizona. Am schwierigsten ist aber... Was machst du hier? Ich suche meinen Wagen. Auch mit dir. ...seinen Weg zu finden. Von der Gedanke gekommen, dass wir nicht gut genug sind? Das ist schön, einfach zu sagen, ich höre auf. Mir ist es unangenehm zu fragen, aber kannst du mir einen Zwanziger bauen? Wenn ich es dir gebe, kaufst du aber keinen Alkohol davon. Wir wollen uns doch einen schönen Abend machen. Ja, das ist interessant. Ich hab's im Gefühl. Na klar. Dann haltet's Maul! Wir haben immer versucht, ihn zu helfen. Er hat uns immer wieder hängen lassen. Gib mir mein Geld wieder, Dad. Ich hab's nicht. Er ist unser Vater. Wo war er, als wir beide ihn gebraucht haben? Hey! Zusammenhalten wollten wir, Lane. Uns immer beistehen wollten wir. Ich komm nicht davon los. Willst du einen Kaffee haben, Charlie? Wir haben Talent, Lane. Haben uns. Das darfst du niemals vergessen. Nach einer wahren, außergewöhnlichen Geschichte. Ein inspirierender Film. Ed Harris zeigt ein tief bewegendes Porträt. Wäre ich bloß besser zu euch gewesen, als ihr Kinder wart. Viermal für den Oscar nominiert. Ed Harris, Robert Forster, Brad Dourif, Regie, Logan und Noah Miller. Wir sind alle nur kurze Zeit hier, um dann heimzugehen. Das hoffe ich zumindest. Ich hab meinen Engel gesehen. Sie hat mir das Leben gerettet.